Einst glaubte ich, als ich noch unschuldig war, und das war ich ein Skram so wie du. Vielleicht kommt auch zu mir einmal einer, und dann muss ich wissen, was ich tue. Und wenn er Geld hat, und wenn er nett ist, und sein Kram ist auch werktagsrei, und wenn er weiß, was ich bei einer Farbe schickt, dann sage ich nicht nein. Da behält man seinen Kopf oben, und man bleibt ganz allgemein. Sicher scheint der Mond die ganze Nacht, ja sicher wird das Boden am Ufer festgemacht, aber weiter kann nicht sein. Tja, da kann man sich doch nicht nur hinlegen, Tja, da muss man kalt und herzlos sein. Tja, da könnte der Hügel gestehen, Tja, da ist überhaupt nur nein. Nein? Jedoch eines Krags, und der Krag, der war blau, kam einer, der mich nicht war, und er hängte seinen Fuß an den Nagel in der Kammer, und ich wusste nicht mehr, was ich war. Und als er kein Geld hatte, und als er nicht nett war, und sein Kragen war auch sonntags nicht rein, und als er nicht wusste, was ich bei einer Farbe schickt, zu ihm sagte ich nicht nein. Da behält ich meine Kopf nicht oben, und ich trieb nicht allgemein. Ach, es schien der Mond die ganze Nacht, ach, es war doch froh, der Wurfer losgebracht, und es konnte gar nichts anderes sein. Ja, da muss man sich doch einfach hinlegen. Ja, da kann man doch nicht kalt und herzlos sein. Ja, du musst es dann bestehen, 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 Vielen Dank.